Hallo, ich bin der Gino von Lesain. Und wer bin ich? Der Micky von Lesain. Und was zeigen wir? Sagst du es mir. Classic Kit? Ein ganz, ganz interessantes Teil. Wir haben bei dem Classic Kit, sag doch mal hier was zu diesem Teil, das ist der Reifenschleifer. Das ist der Edelstahlschleifer, wirklich schickes Ding, im Gegensatz zu normalem Sandpapier, was man halt findet. Wie gesagt, es besteht aus Edelstahl, egal was sie damit anraut, es wird kein Gummi sich ablagern, es wird kein Talkum sich ablagern und selbst im Regen wird das Ding immer funktionieren. Dann haben wir diesen sehr schönen Tireboot. Der Tireboot ist eine Art Sticker mit sehr aggressivem Kleber, der auf die Innenseite des Reifens geklebt wird, wenn ihr euch einen Schnitt, einen Cut zuhandelt auf der Karkasse, auf der Reifenflanke. Ja, dann haben wir diese schönen, wie man das so von früher gewöhnt ist, die ganz normalen Gummireifenflicken. Hier haben wir den Klebstoff. Das ist für die Leute, die immer noch den Geruch der Gummilösung lieben. Funktioniert natürlich wunderbar. Wichtig ist nur, dass der Reifen oder der Schlauch wirklich sauber ist, wenn man die Gummierung und den Reifenflicken zusammenbringt. Ja, doch schöne runde Lösung. Klassisches Design. Klassisches Design. Das Gemültige Design Das ist die Neueắtflicken. Daher behavior wird ein großer Witz mit den anderen Mützen beschäftigt. Vielen Dank.